Heute zeige ich dir, wie du deine Theorieprüfung mit 0 Fehlerpunkten bestehen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In dem Video zeige ich dir, wie du die theoretische Prüfung bestehen kannst. Dazu machen wir eine Prüfungssimulation der Klasse B, also sprich für den Autoführerschein. Dazu haben wir 20 Fragen aus dem Grundstoff und 10 Fragen aus dem Zusatzstoff. Ich lasse die Fragen und Antworten wieder vorlesen und erkläre sie dir dann danach. Was sind vermeidbare Behinderungen im fließenden Verkehr? Abwürgen des Motors. Liegen bleiben wegen Kraftstoffmangels. Langsam fahren ohne triftigen Grund. Also eine vermeidbare Behinderung ist einfach das, was nicht unbedingt sein muss. Es muss nicht sein, dass du den Motor abwürgst. Das ist vollkommen unnötig. Wenn du so weit bist, dass du die praktische Prüfung machst, sollte das eigentlich auch nicht mehr vorkommen. Liegen bleiben wegen Kraftstoffmangels. Natürlich, das ist auch vermeidbar, denn du hättest dein Auto davor auftanken können. Und auch langsam fahren ohne triftigen Grund wäre eine vermeidbare Behinderung. Denn wenn es keinen Grund dafür gibt, langsam zu fahren, dann tust du das nicht. Das sind übrigens auch Gründe, die zum nicht bestehenden praktischen Prüfung führen können. Worauf müssen Sie sich hier einstellen? Also wir haben eine Kreuzung, keine Verkehrszeichen, das bedeutet rechts vor links. Es kommt ein Bus entgegen und dieses Gefahrenzeichen hier sagt uns, dass die Fahrbahn enger wird. Und dass die rechte Seite enger wird. Die linke bleibt gleich. Das heißt, wir haben das Verkehrshindernis. Dementsprechend müssen wir den Bus durchfahren lassen. Okay, also rechts vor links, dementsprechend kreuzen wir die erste Antwortmöglichkeit an, weil wir keine Verkehrszeichen haben. Deswegen rechts vor links, also stellen wir uns darauf ein, dass von rechts ein Fahrzeug kommen könnte. Hier ist ja auch ein Busch, das heißt man sieht nicht so gut. Auf eine verengte Fahrbahn, genau, deswegen haben wir ja dieses Verkehrszeichen, das Gefahrenzeichen. Und auf einen längeren Bremsweg, das ist auch richtig. Erstmal wegen dem Regen und zweitens, weil Laub auf der Straße ist. Deswegen haben wir einen längeren Bremsweg. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten? Okay, es geht um den Radfahrer und um die Kinder. Das linke Kind hier möchte wahrscheinlich über die Straße. Und hier haben wir den Radfahrer, den wir normalerweise eigentlich überholen. Allerdings haben wir da vorne eine Engstelle, bedingt dieses parkenden Fahrzeuges. Und deswegen bleiben wir erstmal hinter dem Radfahrer. Und das sind zum Beispiel so Fragen, die dir fünf Fehlerpunkte geben. Und da musst du sehr aufpassen, denn wenn du zwei von diesen Fragen in der theoretischen Prüfung falsch beantwortest, dann hast du schon verloren. Ich bremse auf Schrittgeschwindigkeit ab. Ich überhole die Radfahrerin. Ich bleibe bremsbereit. Also wir überholen auf gar keinen Fall die Radfahrerin. Wir bremsen auf Schrittgeschwindigkeit ab und bleiben bremsbereit. Schrittgeschwindigkeit aus dem Grund, das Kind geht wahrscheinlich jetzt hier über die Straße oder rennt über die Straße. Und deswegen müssen wir dir die Geschwindigkeit an die schwächsten Verkehrsteilnehmer anpassen. Deswegen Schrittgeschwindigkeit. Und bremsbereit heißt ja einfach nur, dass du den linken Fuß vor die Kupplung setzt und den rechten vor die Bremse, damit du gleich bereit wärst anzuhalten, falls du es müsstest. Ist es leichtsinnig, noch kurz vor einer Kreuzung einen Lastzug zu überholen? Ja, natürlich ist es leichtsinnig. Ja, weil der Lastzug die Sicht auf wichtige Verkehrszeichen verdecken kann. Nein, weil Lastzüge meist langsam fahren. Ja, weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr verdeckt. Also hier in dieser Frage geht es darum, ein Lastzug, das ist einfach, stell dir einen ganz, ganz großen LKW vor, vielleicht noch mit Anhänger und dementsprechend kann er dir natürlich die Sicht nehmen. Deswegen kreuzen wir die erste und die letzte Antwortmöglichkeit an. Und ja, die Frage ist natürlich schon so gestellt, dass du dir vorstellen kannst, dass die mittlere Antwort, also nein, höchstwahrscheinlich falsch ist. Okay, wir sind innerorts, wir fahren 50 kmh, wir sind auf einer Vorfahrtstraße. Ein Radfahrer links, wir wollen links abbiegen, okay. Also der Radfahrer rechts, der wird uns wahrscheinlich nicht interessieren, aber links neben uns ist noch ein Radfahrer. Wenn du nicht gesehen hast, dann kannst du das Video gerne nochmal ein paar Sekunden zurückspulen. Aber wir gehen mal hier zur Aufgabenstellung. Worauf müssen wir achten? Auf den Radfahrer links, auf den Radfahrer rechts, auf den schwarzen Pkw. Wir werden nur den Radfahrer links anklicken, denn der befindet sich links im toten Winkel. Und wir wollen ja links abbiegen, das heißt wir kreuzen uns mit dem. Und dementsprechend müssen wir, ja, den Radfahrer durchfahren lassen. Wobei der Radfahrer von rechts, also um in diese Straße einfahren zu können, müssten wir wahrscheinlich noch einen Ticken weiterfahren, damit wir die Kreuzung, damit wir die Straße, äh, den Fahrstreifen nicht schneiden. Wir werden den Radfahrer rechts auch noch anklicken, ja, weil der wird ja jetzt hier auf die Straße ziehen. Und wir werden wahrscheinlich bis hier vorne hinfahren müssen, um dann abbiegen zu können. Also wir kreuzen den Radfahrer links und den Radfahrer rechts mal an. Am Ende sehen wir ja dann, ob die darauf hinaus wollten. Welche Auswirkungen kann der Konsum von Cannabis-Produkten auf das Fahrverhalten haben? Die Aufmerksamkeit für das Verkehrsgeschehen nimmt ab. Die Konzentration auf das Fahren nimmt ab. Die Blendempfindlichkeit nimmt ab. Also hier geht es wieder darum, nimmt ab oder nimmt zu. Und du musst verstehen, dass die Aufmerksamkeit schlechter wird, also sie nimmt ab. Dass die Konzentration schlechter wird. Konzentration nimmt ab. Und die Blendempfindlichkeit bedeutet, also wenn du sowas konsumierst, dann erweitern sich deine Pupillen. Das heißt, die Blendempfindlichkeit würde zunehmen und nicht abnehmen. Deswegen kreuzen wir die letzte Antwortmöglichkeit nicht an. Wie müssen Sie sich verhalten? Okay, es liegt oder es rollt ein Ball auf die Straße. Und wenn wir schon wissen, dass da eventuell Kinder auf die Straße rennen, müssen wir wieder die Geschwindigkeit den schwächsten Verkehrsteilnehmern anpassen. Das bedeutet, wir bremsen auf Schrittgeschwindigkeit herunter und bleiben natürlich bremsbereit. Wie verhalten Sie sich? Hier geht es um den Mann, der ist eingeschränkt, also sprich, er ist blind, sieht schlecht. Das sieht man an dieser gelben Scherpe mit den drei schwarzen Punkten und seinem blinden Hund. Und wie wir uns verhalten, er wird wahrscheinlich über die Straße gehen. Dementsprechend werden wir anhalten, dem Mann die Straße überqueren lassen, Blickkontakt aufnehmen, wird hier nicht viel bringen. Denn wie gesagt, er ist sehbehindert und das wird uns nichts nützen. Unter welchen Umständen dürfen Sie an einer Kreuzung eine rote Ampel überfahren, wenn ein Polizist den Verkehr auf der Kreuzung regelt, um einem Einsatzfahrzeug mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn vorsichtig Platz zu schaffen? Unter keinen Umständen. Also, wenn ein Polizist den Verkehr regelt, dann gelten natürlich immer seine Anweisungen. Und dazu kennst du vielleicht den Spruch, siehst du Brust oder Rücken, musst du auf die Bremse drücken und siehst du die Hosennaht, dann hast du freie Fahrt. Also, sprich, steht der mit dem Oberkörper oder mit dem Rücken zu dir und die Ampel ist grün, musst du dennoch warten. Und steht der seitlich zu dir, die Ampel ist aber rot, darfst du trotzdem drüber fahren. Also, dann sind einfach die Verkehrszeichen, die Regel rechts vor links oder die Ampeln außer Kraft gesetzt. Und wenn natürlich ein Einsatzfahrzeug von hinten kommt oder von woher auch immer und es möchte da durch, dann musst du ihm Platz machen und das darfst du natürlich dann auch über die rote Ampel fahren. Genau. So, noch ein Film. Okay, wir fahren knappe 50 innerorts. Die Ampel blinkt gelb, ist anscheinend aus. Von rechts kommt ein Fußgänger. Ja, also die Ampel ist aus, sie blinkt gelb. Wir haben ein Verkehrszeichen, Vorfahrt gewähren. Dementsprechend gilt das Verkehrszeichen, wenn die Ampel aus ist. Wie verhalten wir uns? Ich warte an der Haltlinie auf die nächste Grünphase. Ja, da kannst du lange warten. Ich gewähre möglichem Querverkehr die Vorfahrt. Ich überquere die Kreuzung zügig, da gelb angezeigt wird. Ja, also wie gesagt, die Ampel ist aus, die Verkehrszeichen zählen. Dementsprechend müssen wir dem Querverkehr, also diesem Verkehr hier, die Vorfahrt gewähren. Wenden ist überall da gefährlich, wo du schlecht gesehen wirst oder schlecht sehen kannst. Dementsprechend vor Kuppen, vor Kurven und bei Nebel. Wann dürfen Sie nicht auf dem rechten Fahrstreifen parken? Wenn auf dem Fahrstreifen Schienen verlegt sind. Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein geeigneter Parkstreifen vorhanden ist. Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein ausreichend befestigter Seitenstreifen vorhanden ist. Also ganz klar, wenn du auf der Fahrbahn parkst, dann wird ja der Verkehr behindert. Dementsprechend kann ja die Straßenbahn auch nicht weiterfahren. Wenn rechts neben des Fahrstreifens ein Parkstreifen vorhanden ist, dann benutzt du natürlich bitte den Parkstreifen und nicht die Fahrbahn. Die Ampel zeigt gelbes Blinklicht. Welches Verhalten ist richtig? Ja, haben wir gerade eben im Video schon gehabt. Gelbes Blinklicht heißt ja, dass die Ampel aus ist und dementsprechend wir Vorfahrt gewähren müssen. Mit erhöhter Vorsicht heranfahren, gegebenenfalls Vorfahrt gewähren. Warten bis zum Lichtzeichenwechsel. Ja, und wenn die Ampel aus ist, dann kann das Ganze natürlich etwas dauern. Die Ampeln werden eventuell auch über Nacht ausgeschaltet. Das heißt, hier ist nur die erste Antwort richtig. Gut, die Ampel ist grün. Rechts neben uns befindet sich ein Fahrzeug. Das Fahrzeug vor uns möchte links abbiegen. Das wird eventuell noch etwas dauern, da ein Querverkehr kommt. Ich bleibe zunächst in meinem Fahrstreifen. Ich überhole das neben mir fahrende Fahrzeug und wechsle den Fahrstreifen. Ich wechsle bei einer ausreichenden Verkehrslücke nach rechts. Okay, also zunächst bleiben wir auf unserem Fahrstreifen. Bei einer ausreichenden Lücke können wir nach rechts wechseln. Allerdings jetzt dieses rechte Fahrzeug noch zu überholen und davor hier durchzuziehen, das wäre mehr als dumm. Das machen wir auf gar keinen Fall. Sie müssen wegen geschlossener Bahnschranken warten. Wodurch können Sie nun die Umwelt schonen und Kraftstoff sparen? Durch Schalten in den Leerlauf. Durch Ausschalten der Start-Stopp-Automatik. Durch Abstellen des Motors. Ganz klar, durch Abstellen des Motors. Alles andere, Ausschalten der Start-Stopp-Automatik würde ja bedeuten, dass der Motor nicht automatisch ausgeht. Und durch Schalten in den Leerlauf würde der Motor dennoch weiterlaufen, wenn die Start-Stopp-Automatik aus ist. Also dementsprechend nur durch Abstellen des Motors. Welches Verhalten ist richtig? Okay, wir sind auf einer Vorfahrtstraße. Dementsprechend haben wir Vorfahrt vor dem Traktor. Da wir allerdings linksabbieger sind, müssen wir den Verkehr, der geradeaus weiterfahren möchte, Vorrang gewähren. Und das bedeutet, dass erst die Trambahn fahren darf, danach wir und als letztes der Traktor. Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen. Ich muss den Traktor durchfahren lassen. Ich darf nicht auf den Gleisen warten. Also wir lassen die Straßenbahn durchfahren. Der Traktor muss warten. Natürlich darf ich auf den Gleisen warten. Was anderes wird uns nicht übrig bleiben. Wir werden jetzt nicht davor nochmal rechts rüberziehen und dann warten, um dann abzubiegen. Du bleibst hier auf den Gleisen. Welches Verhalten ist richtig? Hier musst du aufpassen. Die Frage wird sehr oft falsch beantwortet. Natürlich darf der Motorradfahrer von rechts als erstes fahren, da die Verkehrsregel rechts vor links gilt. Was viele anscheinend irgendwie verunsichert, sind die beiden Verkehrszeichen hier oben. Die roten Runden mit dem weißen Balken. Was einfach nur bedeuten soll, dass du da nicht reinfahren darfst. Verbot der Einfahrt. Aber dennoch gilt die Vorfahrtsregel rechts vor links. Also, ich muss warten. Ich muss warten. Das Motorrad darf zuerst fahren. Wie verhalten Sie sich richtig? So, diesmal haben wir keine Verkehrszeichen, sprich die Regel rechts vor links. Von rechts kommt ein Motorradfahrer, der darf als erstes fahren. Und da wir Linksabbieger sind, müssen wir auch den Gegenverkehr durchfahren lassen. Also, sprich, wir sind die Letzten, die fahren. Ich fahre nach dem gelben Lkw. Ich fahre vor dem Motorrad. Ich fahre nach dem Motorrad. Wir fahren nach dem Motorrad. Das ist schon richtig. Aber wir fahren auch nach dem gelben Lkw. Wer darf auf dieser Straße mit einem Kraftfahrzeug fahren? Wer Waren liefern muss? Wer jemanden besuchen will? Wer etwas einkaufen will? Nein, hier steht Lieferverkehr frei. Dementsprechend nur, wer etwas liefert. Welche Fahrzeuge dürfen den so gekennzeichneten Sonderfahrstreifen benutzen? Ganz klar, blau und rund ist Gebot. Dementsprechend dürfen auch nur Linienbusse, also die Verkehrsteilnehmer, die hier abgebildet sind, diesen Fahrstreifen benutzen. Sie fahren bei Dunkelheit mit Abblendlicht. Entgegenkommende blenden auf und ab. Was kann das bedeuten? Die anderen fordern Sie auf, Fernlicht einzuschalten. Die Scheinwerfer Ihres Fahrzeuges können falsch eingestellt sein und blenden. Die Leuchtweitenregelung an Ihrem Fahrzeug ist nicht dem Beladungszustand angepasst. Also wenn die anderen Fahrzeuge die Lichthupe geben, sprich sie blenden auf und ab, dann werden sie höchstwahrscheinlich geblendet. Und das liegt entweder daran, dass dein Licht falsch eingestellt ist oder die sogenannte Leuchtweitenregulierung nicht dem Beladungszustand angepasst ist. Das bedeutet, du hast zum Beispiel viel Gepäck in deinem Kofferraum hinten. Das heißt ja, dass dein Fahrzeug hinten tiefer sitzt als vorne und dadurch werden die Scheinwerfer vorne angehoben und du blendest damit den Gegenverkehr. Und da gibt es ein kleines Rädchen, das nennt sich Leuchtweitenregulierung. Das findest du da in der Nähe von deinem Lichtknopf, meistens irgendwo links unter der Lüftung. Und damit kannst du die Leuchtweite dann einstellen. Und wenn du viel Gepäck hinten drin hast, dann musst du dementsprechend deine Scheinwerfer etwas tiefer stellen, also die Leuchtweite regulieren. Und das ist mit der letzten Antwortmöglichkeit gemeint. Hast du übrigens ein Auto mit Xenonscheinwerfer, dann funktioniert das automatisch. Also da ist dann ein Sensor drinnen und normalerweise, wie gesagt, hast du so ein Rädchen dann zum Einstellen. Okay, wir befinden uns auf einer Landstraße. Wir haben gerade das Aufhebungsschild gehabt. Das heißt, wir können auf 100 kmh beschleunigen. Jetzt haben wir eine langgezogene Rechtskurve. Man sieht etwas schlecht. Aha, da hat anscheinend jemand was verloren. Es kommen natürlich Fahrzeuge entgegen. Rechts neben uns ist der Graben. Die Frage wird wahrscheinlich lauten, was tun Sie? Rechts oder links ausweichen oder bremsen? Und bitte auf gar keinen Fall ausweichen in so einer Situation. Rechts befindet sich ein Graben und links kommt Gegenverkehr. Dementsprechend bremsen wir stark ab. Wir weichen nicht aus. Ich weiche nicht aus. Und wir weichen nach links aus. Auf gar keinen Fall. Da ziehst du nur unschuldige Verkehrsteilnehmer mit rein. Sie fahren aus unbefestigtem Gelände, zum Beispiel Acker, Baustelle, auf eine öffentliche Straße und verschmutzen diese erheblich. Wer ist für die Beseitigung dieses Verkehrshindernisses verantwortlich? Ja, tatsächlich du selber. Sie als Verursacher. Die Anlieger dieses Straßenabschnitts. Das zuständige Straßenbauamt. Ja, also im Prinzip müsstest du dann aussteigen mit deinem Kehrbesen und müsstest dann die Straße wieder sauber machen. Ihr PKW hat einen Defekt und ist nicht mehr fahrbereit. Was ist beim Abschleppen zu beachten? Darauf ist zu achten, dass erstmal dein Motor aus ist. Ach, das ist keine Antwortmöglichkeit. Okay, aber ganz, ganz wichtig, auch für andere Fragen. Wenn dein Fahrzeug defekt ist und der Motor nicht mehr läuft, dann funktioniert die Servolenkung nicht. Das heißt, das Lenkrad muss mit wesentlich mehr Kraft betätigt werden. Und auch die Bremse funktioniert nicht mehr so, als wie wenn der Motor laufen würde. Also du müsstest viel mehr Kraft aufwenden zum Bremsen und zum Lenken. Manche denken, man kann nicht bremsen und lenken, wenn der Motor aus ist. Doch, kannst du schon. Aber du brauchst sehr, sehr viel Kraft dafür. Während des Abschleppens darf die Autobahn nur als Abkürzung zur nächsten Werkstatt benutzt werden. Das sage ich dir gleich, das ist falsch. Du darfst die Autobahn nicht befahren. Wenn du von der Autobahn abgeschleppt wirst, dann musst du sie bei der nächsten Ausfahrt gleich verlassen. Denn du darfst bei dem Abschleppen nicht schnell fahren, ungefähr so um die 30 kmh. Und das wäre natürlich auf der Autobahn lebensgefährlich, wenn du dann nur mit 30 kmh fahren würdest. Während des Abschleppens ist das Abschleppseil möglichst straff zu halten. Das ist auch richtig, denn wenn das Seil nicht straff ist und das vordere Fahrzeug beschleunigt, dann wird ja sehr viel Kraft aufgebaut, welches dann schlagartig an dem Seil reißen würde. Und damit könntest du dann das hintere Fahrzeug oder auch das vordere Fahrzeug beschädigen. Während des Abschleppens ist an beiden Fahrzeugen Warnblinklicht einzuschalten. Genau, allein um zu zeigen, dass abgeschleppt wird und dass ein Seil zwischen den beiden gespannt ist und dass da kein Fahrzeug sich da durchdrückt. Wodurch kann ihre Sicht beeinträchtigt werden? Durch verschmierte Scheiben, durch abgenutzte Wischerblätter, Schlierenbildung, durch die Ladung. Das ist alles richtig, überall, wo deine Sicht beeinträchtigt werden kann. Welche Gefahr kann bei der Nutzung von Fahrerassistenzsystemen bestehen? Der Fahrzeugführer kann falsche Erwartungen an die Systeme haben. Das ist richtig, wenn du bedenkst, du hast zum Beispiel einen Spurhalteassistent und du denkst, ja, ja, da vorne kommt eine Kurve, das Ding wird dann schon lenken. Also du musst natürlich immer selber die Gewalt über das Fahrzeug haben und dementsprechend ist die erste Antwort richtig. Der Fahrzeugführer kann die Eigenverantwortung vernachlässigen. Ja, das geht ja mit einher. Der Fahrzeugführer kann zu wenig auf das Verkehrsgeschehen achten. Genau, also alle drei Antwortmöglichkeiten sind hier richtig. Ihr PKW ist mit Winterreifen ausgerüstet. Welche Bedeutung hat der Geschwindigkeitsaufkleber maximal 190 km pro Stunde am Armaturenbrett? Die Geschwindigkeit von maximal 190 km pro Stunde gilt nur bei winterlichen Straßenverhältnissen. Die Geschwindigkeit von maximal 190 km pro Stunde gilt nicht bei trockenen Straßenverhältnissen. Die Geschwindigkeit von maximal 190 km pro Stunde darf nicht überschritten werden. Das ist ganz wichtig, die darf nicht überschritten werden. Und zwar ist der Reifen, in dem Fall der Winterreifen, nicht für höhere Geschwindigkeiten geeignet und zugelassen. Und egal, welche Fahrbahnverhältnisse du hast, du darfst nicht schneller fahren, weil es einfach der Reifen nicht aushält. Sie möchten überholen. Wie verhalten Sie sich hier richtig? Hier sieht man schon an dem Schatten, dass davor noch weitere Fahrzeuge fahren, beziehungsweise höchstwahrscheinlich ein PKW mit einem Anhänger unterwegs ist. Okay, also Gegenverkehr könnte auftauchen, da man den fahrbaren Verlauf nicht so zu 100% sehen kann. Das blaue Fahrzeug könnte auch überholen. Das sieht man daran, dass die beiden Fahrzeuge sehr dicht aneinander fahren. Dementsprechend werden wir die zweite und die dritte Antwortmöglichkeit ankreuzen. Worauf sollten Sie sich in dieser Situation einstellen? Ja, man sieht nichts. Okay. Hier kreuzen wir alles an. Also wir sehen ja nichts. Dementsprechend müssen wir uns auf alles, was es hier gibt, einstellen. Die hinteren Beleuchtungseinrichtungen Ihres Kraftfahrzeugs sind verdeckt. Was ist zu tun? Ein Leuchtenträger mit allen hinteren Beleuchtungseinrichtungen ist nur bei Strecken über 5 Kilometer anzubringen. Ein Leuchtenträger mit allen hinteren Beleuchtungseinrichtungen ist nur bei Fahrten bei Dämmerung oder Dunkelheit anzubringen. Ein Leuchtenträger mit allen hinteren Beleuchtungseinrichtungen ist in jedem Fall anzubringen. Ja, ein bisschen schwer zu verstehen. Also wenn deine Lichter hinten verdeckt sind, sagen wir mal, du hast zum Beispiel irgendwelche, transportierst irgendwas, zum Beispiel ein Fahrrad hinten an deinem Auto, dann musst du natürlich eine extra, die ganzen Beleuchtungseinrichtungen müssen dann extra noch einmal montiert werden, dass man sie wieder erkennen kann. Und das ist natürlich auf jeden Fall sofort anzubringen, weil allein wenn du in einen Tunnel reinfährst oder das Wetter auf einmal schlechter wird, müssen ja die, dementsprechend auch die Lichter zu erkennen sein. Okay, wir haben alle Fragen durch. Wir geben mal den Bogen ab und schauen mal, ob wir die Prüfung bestanden hätten. Wir haben die Prüfung mit null Fehlerpunkten bestanden. Wie immer, herzlichen Glückwunsch. Ja, wenn du noch weitere Fragen hast, lass es mich unten in den Kommentaren wissen. Und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn dir das Video geholfen hat, dann lass mir doch bitte noch einen Daumen nach oben da. Du kannst natürlich den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch bei den nächsten Videos mit dabei bist. Und ansonsten sehen wir uns dann am Donnerstag zu einem neuen Video auf meinem Kanal wieder. Bis dann.